Der demografische Wandel, Fachkräftemangel, Energieknappheit, das sind alles Themen, die uns als Gesellschaft vor große Herausforderungen stellen. Wir als Automatisierungsspezialisten bei Omron stellen uns diesen Herausforderungen und wollen nachhaltige, zukunftsfähige Lösungen gemeinsam mit unseren Partnern entwickeln. Auf der Roadshow zeigen wir zwei intralogistische Anwendungsfälle. Zum einen der Einsatz von autonomen, mobilen Robotern und zum anderen der Einsatz von Kollaborativrobotern für Palettier-Depalettier-Aufgaben. Das Besondere für mich an der Roadshow ist, mit unseren Endkunden als auch mit unseren Systempartnern gemeinsam zielgerichtet interagieren zu können und an unseren Showcases für unseren Endkunden die optimale Lösung zu finden. In der Zukunft wollen wir gemeinsam mit unseren Partnern nachhaltige Lösungen entwickeln, die den Industriestandort Deutschland sichern und Wettbewerbsfähigkeit halten.